Die 5 besten beutellosen Industriestaubsauger, eine Übersicht Ich habe den Masco Industriestaubsauger vor kurzem gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Staubsauger ist sehr leistungsstark und hat eine sehr gute Saugleistung. Er hat auch eine Blasfunktion, die sehr praktisch ist. Mit der Push- und Clean-Funktion ist es sehr einfach, den Staubsauger zu reinigen und zu warten. Außerdem ist er beutellos und sehr einfach zu bedienen. Ich würde diesen Staubsauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kärcher Nass-Trockensauger WD3 SV 17420. Es hat eine starke Blasfunktion und eine Leistung von 1000 Watt. Der Kunststoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von 17 Litern und der Saugschlauch ist 2 Meter lang. Außerdem ist ein Patronenfilter, ein Fließfilter, eine Boden- und eine Fugendüse enthalten. Der Sauger ist einfach zu bedienen und leistungsstark. Ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen. Ich habe den Masco Industriestaubsauger 1800 Watt mit Steckdose Blasfunktion und Mehrzwecksauger Trockensaugen und Nassaugen gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Es ist ein sehr starker, leistungsstarker Staubsauger mit einer hohen Saugleistung. Die Steckdose Blasfunktion ist sehr praktisch, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Der Staubsauger ist leicht zu bedienen und hat eine lange Lebensdauer. Er hat auch eine Funktion ohne Beutel, was sehr nützlich ist. Der Wasserstaubsauger Beutellos ist ein sehr nützliches Gerät, das ich empfehlen kann. Ich habe mir den Kärcher Nass-Trockensauger WD5 PV 25522 gekauft und bin sehr zufrieden. Er hat eine starke Leistung von 1100 Watt und einen 25 Liter Kunststoffbehälter. Der Saugschlauch ist 2,2 Meter lang und er hat eine Steckdose. Er hat auch einen Flachfaltenfilter, eine Boden- und eine Fugendüse. Er ist einfach zu bedienen und hat eine gute Saugleistung. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann ihn nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bosch Home & Garden Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20. Es ist einfach zu bedienen und leicht zu transportieren. Es hat eine starke 1200 Watt Leistung und ein großes 20 Liter Behältervolumen. Es ist sehr leise und saugt auch kleinste Partikel auf. Es ist sehr robust und langlebig und kann für verschiedene Reinigungsaufgaben verwendet werden. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.